so geschafft die männer keuchen wie an jedem tag haben sie auch heute ihren freund zur schönen tür getragen das ist ein wunderschönes tor inmitten des tempels sie haben ihren freund hierher gebracht der gelähmt ist das bedeutet dass er nicht gehen kann und deshalb kann er auch nicht arbeiten und muss betteln so sitzt er jeden tag am tor und bittet die leute habt ihr barm gebt mir etwas damit ich essen kann zu viele jahre sitzt er nun schon jeden tag hier es ist nachmittag gerade die zeit zu der die leute zum gebet in den tempel in gottes haus kommen unser bettler hofft noch genügend zusammen zu kommen um etwas zu essen zu kaufen seit seiner geburt ist er gelähmt seit 40 jahren schon vielleicht denkt er manchmal warum kann gerade ich nicht laufen er ist wirklich in großer not auch du hast vielleicht probleme warum haben sich meine eltern scheinen lassen fragst du dich oder warum fällt gerade mir das lernen in der schule immer so schwer sicher versuchen auch menschen dir zu helfen vielleicht ist es nur eine kleine hilfe so wie bei diesem mann den man zum betteln auch petrus und johannes sind auf dem weg hinauf zum tempel sie wollen zu gott bieten ihr weg führt sie durch die schöne tür dort sitzt wie du weißt der gelähmte der immer noch bettelt natürlich er bittet auch petrus und johannes seid barmherzig gebt einem kranken etwas geld zum leben er blickt dabei zu boden und sieht nur die füße von petrus und johannes die beiden bleiben stehen petrus betrachtet den mann der gelähmte merkt dass die männer stehen bleiben warum gehen die denn nicht weiter denkt er und wird ganz aufgeregt bei ihm bleibt kaum jemand stehen zu oft wird er übersehen was passiert denn jetzt überlegt er geben sie mir geld damit ich mir etwas zu essen kaufen kann vielleicht sogar viel geld sie uns an fordert ihn petrus auf so steht das nämlich in der bibel der gelähmte hebt den kopf und blickt petrus und johannes an silber und gold habe ich nicht sagt petrus also auch kein geld für mich denkt der gelähmte aber schon spricht petrus weiter was ich aber habe das gebe ich dir im namen von jesus christus von nazareth steh auf und geh umher was sagt petrus steh auf das ist doch unmöglich petrus weiß jesus lebt und jesus kann heilen wenn du an jesus glaubst weißt auch du jesus lebt er hört mich wenn ich bete das heißt wenn ich mit ihm rede du kannst ganz konkret mit einem freund oder einen freundin beten wenn er oder sie krank ist du kannst jesus bitten deinen freund gesund zu machen aber überlass es ihm ob und wie er es tut von krankheit geheilt zu werden ist schön aber es gibt auch eine andere art von gesundheit die viel wichtiger ist die bibel nennt das das heil das gibt es nur in jesus es gilt für das leben hier auf der erde und für die ewigkeit jesus will es dir schenken ja er will dich ganz heil machen wie wo was hat petrus gesagt der gelähmte ist ganz durcheinander und begreift nicht was petrus meint deshalb nimmt petrus seine rechte hand und hilft ihm auf im selben augenblick spürt der bettler seine füße und seine beine die tragen ihn auch die knie die bleiben fest und knickt nicht wieder ein in der bibel steht er sprang auf konnte gehen und stehen nie zuvor hat der bettler einen schritt getan und jetzt kann er plötzlich gehen da beginnt er vor freude zu hüpfen zu springen und gott laut zu loben denn er weiß gott hat mich heil gemacht im namen von jesus christus so kann es auch deinem freund oder deine freundin gehen für die du gebetet hast wie toll ist es wenn ihr erlebt wie gott durch jesus besserung schenkt aber wenn nicht manchmal verstehen wir nicht warum ein mensch nicht gesund wird für den wir gebetet haben wir wissen aber wenn dieser mensch an jesus als seinen retter glaubt kommt er für immer zu gott in den himmel dort gibt es keinen schmerz und keine krankheit mehr unser leben auf der erde geht vorbei aber im himmel gottes unsichtbarer welt wird es wunderschön sein die leute im tempel bleiben stehen und schütteln die köpfe ist das nicht der lahme bettler der sonst immer an der schönen tür sitzt fragt einer der andere nickt und meint nicht zu fassen der mann war von geburt an gelähmt und jetzt kann er gehen nicht nur gehen lacht ein dritter er springt ja wie herum wie ein kälbchen auf der weide der geheilte mann bleibt in der nähe von petrus und johannes er ist ja so aufgeregt am morgen hätte er sich das nie träumen lassen dass er jetzt umherhüpft er muss einfach mehr von jesus erfahren als sie im tempel in die halle salomos gehen laufen dort alle leute zusammen und starren sie an da sagt petrus ihr leute warum wundert ihr euch denn über diese heilung ihr schaut uns an als hätten wir dieses wunder bewirkt aber ihr sollt alle wissen das war jesus ja genau dieser jesus den ihr nicht wolltet er hat es getan ihn habt ihr umbringen lassen ihr wisst es genau an einem kreuz ist jesus gestorben aber gott hat ihn wieder lebendig gemacht das können wir bezeugen wir haben ihn gesehen wir haben sogar zusammen mit ihm gegessen der bettler ist heil geworden weil jesus lebt und er nun an ihn glaubt erschrocken und erstaunt blicken die menschen petrus an einige kann er wohl ansehen wie sehr es ihnen leid tut dass jesus auf ihr drängen hingekreuzigt worden ist petrus sagt meine brüder ihr habt das getan weil ihr es nicht besser wusstet jesus musste ja auch leiden und sterben so hat es gott durch seine boten vorhergesagt aber wenn es euch wirklich leid tut dann macht einen neuanfang mit gott und bittet um vergebung für all das schlechte was ihr getan habt gott meint es gut mit euch er möchte dass wir ihm alle vertrauen und daran glauben dass er uns rettet deshalb hat er jesus den retter geschickt das ist geschehen damit jeder erkennt dass er von gott geliebt wird und mit ihm ein neues leben beginnen kann wie der gelähmte dem gelähmten hat jesus ein neues leben geschenkt nicht nur dass er jetzt gehen kann nein er hat ein neues leben begonnen und vergebung für alle seine schlechten taten erfahren wenn das jetzt mal kein grund zur freude wäre der Untertitelung des ZDF, 2020